Hallo und herzlich willkommen hier bei einer Map-Vorstellung Italia-Demo-Version, gibt's bei Mod-Hub, habe ich gerade gesehen und runtergeladen. Die Musik, äh, muss wohl eben das Spiel selbst sein. So, wir sind hier, ah ja, da kommt mal hin und der Zug fährt ab. Der klingt ein bisschen komisch hier dazu. Na ja gut, ist aber schön gemacht hier, ne? Man ist am Bahnhof, so habe ich doch auch mal gehabt. Hallo? Was passiert hier? Ha. Okay. Ja, also. Okay, also. Schön gemacht, die haben geschrieben gehabt, dass sie hier alles selber gemacht haben. Also jetzt die Gebäude und alles wurde selber gemacht. Äh, wenn ich jetzt mal switche. Ach so, wir haben doch, wir haben doch. Heiliges Flitschen, wo sind wir denn hier? So, erstens müssen wir hier mal hier das ausmachen, hier das und das. Leicht. So, jetzt müssen wir aber hier mal die Karte angucken. Ja, wo sind wir denn? Wir sind hier. Bei einem Hof. Mit Hühnern. Hühnern. Heilige Kacke. Sehr interessant. Das ist aber nett jetzt hier, ne? Kennt man ja eigentlich, aber man sieht es eigentlich nie. Ähm. Ja, ist ein bisschen zu groß, der Trigger. Nicht ganz in der Mitte, aber. Also ich meine die Markierung. Ähm. Das ist mir jetzt, die könnten wir ein bisschen dezenter machen, wäre auch nicht schlecht. Äh, interessante Dinge hier, ne? Unterstand. Oder Halle. Ja, Unterstand hier, ne? Wir haben ja hier auch, ne? Ist aber ganz schön gemacht, würde ich mal sagen, ne? Sind die selber gemacht, die Bäume hier? Kann man ja, ne? Das ist ja hier nur mit dem Shea und alles, aber hier. Ich finde es irgendwie, ja, es ist halt klein. Ach, hier sind die Hühner hier, ne? Eww. Sieht aus wie so Solaranlagen hier. Oh ja, nicht aufmachen, ne? Ist aber interessant gemacht hier. Sehr schön gemacht. Hier kommen wahrscheinlich dann die Eier raus, drauf, hier. Okay. Äh. Oh. Wir können ja jetzt mal weiter switchen. Da haben wir noch ein bisschen Vereinigkeit. Und man kann ja hier eigentlich sogar reingehen. Bisschen klein, ne? Gegen, äh, sitzen. Da haben wir hier noch, äh. Ach, das ist für die... Das ist für das Getreide oder nicht, oder was? Oh. Na gut. Äh. Ja. Also, ich weiß jetzt... Doch, müsste eigentlich, oder? Das müsste dann hier so... Ah, hier abkippen. Heilige Krütz. Äh. Ja, also... Ist schön gemacht hier. Also, wir switchen nochmal. Hier haben wir noch was. Das ist beim Shop wahrscheinlich. Genau. Der ist ein bisschen zu hoch hier. Macht ja nix, ne? Ein schöner Shop. Ist ein bisschen leer. Das ist... Na gut. Heißt ja Demo. Ich weiß jetzt nicht, warum. Demo. Aber... Man könnte ja sowas fertig machen. Aber da werden wahrscheinlich noch... Mehr Sachen kommen. Da kann man ja nicht rein, oder was? Das ist doch ein Fenster. Ne, da haben sie ein Fenster vergeben. Ne, das ist ein Fenster. Die Tür. Keine Tür. Keine Tür. Da hinten ist eine Tür, aber sonst... Okay. Auch wieder mal interessant hier. Da hinten ist eine Tür. Und hier ist keine Tür. Nett. Vielleicht ist ja hinten was. Ne, ist auch keine Tür. Ach, hier kann man rein und dann hast du hier... Irgendwas ja nicht. Gut. Äh, nochmal durchswitchen. Hm. Okay. Starten wir mal die Kitas. Das war geil, ne? Äh, muss ich Gas geben? Ne. Ne. Auch nicht. Extra zuerst mal ausklappen. Okay, okay. Kann ich's wie... Häckseln. Wie? Hä? Ah. Okay. Also, ähm... Das ist ein Hacker. Kannst du Baumstämme reinballern und Holz hacken. Äh, so geil, ne? So ein eingebauter. Schön, äh, sehr schön gemacht. Geil, ne? Das ist ja mal... richtig schnieke, hier, ne? Kannst du auf den Zug verlangen. Ist auch nicht schlecht. Oder hier. Ja, das geht auch. Also, anscheinend, wenn wir jetzt F5 drücken, kann man das hier auch beladen, hier, ne? Ne? Okay. Sehr schön gemacht. Jetzt müssen wir aber wieder hier... Das ist alles. Ich wollte aber hier gerne mal gucken, was haben wir denn hier? Ivey. Das muss auch irgendwie was zu verkaufen sein, hier. Irgendwas zu verkaufen. Kann man auch auf den Zug, ist aber schön. Aber wenn man so die Landschaft anguckt, ne? Ist schon viel Arbeit hier, so. Ne? Finde ich geil, ne? Gut. Gehen wir mal, 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 mal gucken. Da haben wir andermals da. Zug. Äh, sehr schön gemacht, hier, ne? Echt schön gemacht, hier. Achso, ja. Verkäufen, ne? Kann man verkaufen, hier. Hier ist wahrscheinlich, ihr Tiere... Verkaufen, verkaufen, oder irgendwie so. Was? Ja, gut. Vielleicht kommen ja die Tiere noch, ne? Da hinten sind wir gestartet, glaub ich, ne? Schöner Bahnhof, eigentlich. So, ja, italienisch halt, ne? Ähm, gehen wir mal weiter gucken. Wir haben hier nochmal was, hier. Das ist... Auch Milch. Ähm, ja. Boah. Da ist sogar eine Anzeige da hinten. Aber die kenn ich, die hab ich schon irgendwo gesehen, hier. So eine Anzeige. Boah, also eigentlich, ähm, muss man schon sagen, schon... Ja, schon ziemlich geile Scheiße hier, ne? Also, schon... Sehr schön gemacht. Was ist das auch mit Details? Da muss eigentlich hier so... Nicht gespart. Denn hier... Da ist auch irgendwie... Storage. Nicht aufklappen. Einmal nur so, ne? Ah, ja, F1. Das ergibt nichts. Gut. Aber man startet schon ziemlich hier, ne? Schwach eigentlich. Äh, naja, gut. Gehen wir mal weiter. Ivo haben wir, glaub ich, schon mal gehabt. Die denken wir hier mal gucken. Das ist auch wieder so eine Verkaufsstelle. Das ist hier... Ist das ein Fahrsilo hier? Ach. Das ist ein Fahrsilo. Das könnte ne... Ist nicht. Hätte jetzt gedacht, das ist ein BGA oder so. Könnte schon sein, dass das hier ein BGA ist. Okay. Ähm. Also, am Fahrsilo ist es schon mal. Das geht nicht auf. Aber schöne Straße, muss man sagen, ne? Schön gemacht. Hier oben rein. Aber da müsste ja hier eigentlich aufgehen. Das geht nicht, ne? Scheiße. Aber hier, guck mal. Das ist schon geil hier, ne? Ui. Na gut. Hat ja niemand gesehen hier, ne? Heh. Zusammengestürzt. Äh. Äh. Hier haben wir unsere Tankstelle. Da gehen wir auch mal schnell gucken. Oh. Ist doch mal nett hier, ne? So kleine... Ne. Halt die Taste. F5. Da haben wir hier zwei Trigger. Reparieren. Und Dinger. Das ist nur nicht schlecht. Ja, das ist gut. Schön. Hier auch wieder mal gucken, hier. Schöne Zäune. Details, ne? Richtig schön. Nett gemacht. Was haben wir denn hier? Sägewerk. Das ist aber hier Standard. Also nicht unbedingt, ne? Ejo, das ist geil, ne? Das sieht doch mal schön aus. Hier. Den Trick einfach mal hier draufgesetzt. Hier abkippen. Hackschnitzel. Jo. Ist aber hier schon, ne? Hat schon was. Kann er denn... Ah, hier ist ein Baum. Baum stehen mir nicht. Ja, dat ist doch mal hier, ne? Dat ist ja hier auch für den Ding hier, ne? Zug. Cool. Äh, was haben wir denn? Hier haben wir noch was. Wat? Das... Äh... Äh... Nenn ich das nicht durch, oder? Das ist Silage. Du kannst Silage hier auch... Leck mich, oder? Der Zug, oder so? Ich glaube nicht, dass das... Ist das ein Durchfahren? Durchfahren, ne? Yo, das ist doch mal der BGA hier, ne? Heilige Kacke. Ja. Dat ist doch hier mal hier, ne? Ei, der ist aber hoch hier. Leck mich, oder? Leck mich, oder? Ist aber... Ja, ist aber hier, schon hier. Ja? Da haben wir nur... Äh, ne Treppe runter? Für... Für... Ne? Ne? Okay, äh... Küllen. Das ist aber auch... Das ist aber auch... Das ist sogar unten, ne? Einfach mal unten ein bisschen in die Scheiße treten. Aber das ist schon... Schon geil, hier, ne? Sehr schöne BGA hier. Äh... Das ist richtig cool, ne? So, wir gehen jetzt mal das letzte Teil gucken. Der Shop, da waren wir schon mal. Scheiße. Gut. Die Zeit ist ja eh... Wir haben einen Scheiß-Dorf da hinten. Leck mich an meinem Zückerli, habe ich vergessen. Aber am besten lädst du die Map selber runter und guckst mal. Also da gibt's... Da ist aber hier wat und hier ist wat und eins. Das sind ja die großen Höfe. Wahrscheinlich. F wie Feuerwehr. Keine Ahnung. Müssen wir gucken. Muss man halt mal runterladen, ne? Sind nur 800 MB. Aber... Ist ne sehr schöne Map hier. Ich muss nämlich jetzt sagen... Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und... Lad's einfach mal runter und guck mal ein bisschen. Also wie sagt man hier viel? Also schon... Ne? Ne interessante Sache hier. So. Ich sag tschüss, bis zum nächsten Mal. Die Zeit ist vorbei. Wir sehen uns nächstes Mal wieder. Bye, bye.